Lilly und Boris Becker haben sich vor fünf Jahren getrennt, sind aber immer noch offiziell verheiratet. Inzwischen haben beide neue Partner gefunden. Nun hat auch Lilly ihren neuen Freund vorgestellt, der ihrem Ex-Mann äußerlich sehr ähnlich sieht. Lilly und Boris waren neun Jahre lang verheiratet und haben einen gemeinsamen Sohn namens Amadeus. Obwohl sie sich 2018 trennten, sind sie immer noch offiziell verheiratet und haben kein besonders gutes Verhältnis zueinander. Boris hat im Laufe der Jahre immer wieder Frauen datet, die seiner Typologie entsprechen, und ist seit 2020 mit Lilian de Carvalho Monteiro zusammen, die gewisse Ähnlichkeiten mit seinen Ex-Frauen hat. Lilly hat nun auch einen neuen Freund, Thorsten Weck, der ihrem Ex-Mann Boris verblüffend ähnlich sieht. Die Daily Mail hat Fotos veröffentlicht, auf denen Lilly mit ihrem neuen Freund in London spazieren geht und man erkennt deutliche Ähnlichkeiten im Aussehen und Kleidungsstil. Es scheint, als würde Lilly ihrem Beuteschema treu bleiben.